Die Hormone machen Party, der Körper explodiert und das Gehirn formiert sich neu. Willkommen in der Pubertät. Was unter Pubertät verstanden wird, ist allgemein bekannt, also die körperliche Entwicklung zur Geschlechtsreife, ausgelöst durch die hormonelle Veränderung. Wussten Sie aber auch, dass das Gehirn der Jugendlichen in der Pubertät eine Baustelle gleicht? Dass es zu zahlreichen neuronalen Neuverknüpfungen kommt? In diesem Kapitel möchte ich die Pubertät mehr aus neuropsychologischer Sicht erklären. Das wird Ihnen helfen, die Verhaltensweisen Ihres Teenagers besser zu verstehen. Evolutionsbiologisch gesehen geht es in der Pubertät nämlich darum, die Familie zu verlassen, um genetisch nicht verwandter Geschlechtspartner zu finden. Es kommt zu einer Loslösung von den Eltern, dem Ablösungsprozess. Die Jugendlichen lernen, mehr und mehr Verantwortung zu übernehmen. Sie werden selbstständiger, sie werden kreativer und sie erfinden sich neu. Wir sprechen dabei von Identitätsentwicklung. In jungen Jahren übernehmen die Kinder quasi ungefiltert die Glaubenssätze und die Werte der Eltern. Sie können sich ja noch auch kein eigenes Bild machen. Während der Pubertät wollen junge Menschen herausfinden, wer sie sind und wie sie sein möchten. Es ist eine Phase des Ausprobierens, des Austestens und auch mal Überschreiten von Grenzen. Sie spüren den Wunsch, Einfluss zu nehmen und sie fragen sich nach dem Sinn ihrer Existenz. Übermut und Selbstüberschätzung können sich abwechseln mit Unsicherheit, Zweifel und Gefühlschaos. Der pubertierende Jugendliche beginnt sich dabei, mehr und mehr an seinen Kollegen, der Peergroup, zu orientieren. Der Einfluss der Freunde wird zunehmend größer, während der Einfluss der Eltern abnimmt. Freunde werden zu Geheimnisträgern, zu Eingeweihten und zu Verbündeten. Dabei orientiert sich der Jugendliche immer mehr an der Gruppe. Außerdem geht es darum, seine Rolle in der Gruppe zu finden. Das ist ebenfalls ein Prozess, der verbunden ist mit viel Unsicherheiten, mit Konflikten, aber auch mit Gefühlschaos und Ungewissheiten. Die Veränderung im Bindungsverhalten, die führt bei Eltern zu zweierlei Herausforderungen. Erstens, die Eltern verlieren langsam die Kontrolle über ihr Kind. Und das kann Angst machen. Und zweitens realisieren die Eltern spätestens in dieser Phase, dass sie nie mehr die gleiche Rolle im Leben ihres Kindes spielen werden. Und das kann auch traurig machen. Die hormonellen und die hirnanatomischen Veränderungen führen zu kaum berechenbaren Stimmungsschwankungen, zu emotionalen Ausbrüchen, aber auch zu Entscheidungsschwierigkeiten, Vergesslichkeit, Reizbarkeit und zu Lernschwierigkeiten. Jungs werden dabei eher risikoreicher, eher aggressiver und impulsiver. Und sie werden zu Abendmenschen. Das hat mit der Testosteronveränderung zu tun. Mädchen werden daher eher zu Morgenmenschen. Aber sie werden auch emotional, ängstlicher und ziehen sich eher mal zurück. Bei Mädchen spielt in dieser Phase natürlich auch die Akzeptanz des eigenen Körpers eine sehr wichtige Rolle. Hirnanatomisch werden kaum genutzte Nervenverbindungen abgebaut, dafür neue Verknüpfungen gebildet. Insbesondere im Bereich des Präfrontalkortex, also des vordersten Bereiches des Gehirns. Der Präfrontalkortex ist das Zentrum für Planung, für Emotionskontrolle und für Belohnungsaufschub, also die Frustrationskontrolle. Es sorgt dafür, dass wir vernünftige und wohlüberlegte Entscheidungen treffen. Von allen Gehirnbereichen dauern die Umbauaktionen im vorderen Hirnbereich am längsten. Deshalb fällen Jugendliche auch Entscheidungen eher impulsiv, kurzentschlossen und emotional. Einen nicht ausgebildeten Präfrontalkortex erkennen wir beispielsweise an kreischenden und in Ohnmacht fallenden Teenies an einem Justin-Bieber-Konzert. Der Präfrontalkortex ist noch zu wenig ausgebildet und kann die Emotionen nicht regulieren. Es kommt so förmlich zu einer emotionalen Systemüberlastung. Das ist übrigens auch der Bereich des Gehirns, der sich beim Alkoholkonsum bei uns Erwachsenen als erstes verabschiedet. Weitere Forschungen zeigen, dass die Verarbeitung von Emotionen bei Teenagern und Erwachsenen in unterschiedlichen Hirnarealen ablaufen. Das erklärt wahrscheinlich auch die sehr unterschiedlichen Reaktionen. In mehreren Studien wurden Jugendliche und Erwachsenen Porträtfotos von Menschen mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken gezeigt. Sie sollten die Emotionen der jeweiligen Mimik zuordnen. Währenddessen beobachteten die Forscher das Arbeiten der Gehirn. Die Jugendlichen nutzten vorwiegend ein Areal namens Amygdala für diese Zuordnung. Das ist eine Hirnregion, in der Entscheidungen eher emotional und kurzentschlossen, also impulsiv, getroffen werden. Bei den Älteren fand der Prozess im wesentlich weiterentwickelten Präfrontalkortex statt, also im vorderen Hirnbereich. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass Jugendliche die Emotionen anders einordnen und deswegen auch oft impulsiv, also unüberlegt reagieren. Diese Erkenntnisse helfen ihnen vielleicht dabei, ein bisschen mehr Verständnis für ihren Teenager zu entwickeln. Eines noch, in der Pubertät ist es normal, dass ihr Kind weniger Lust auf gemeinsame Familienaktivitäten hat. Schuld daran ist der Nucleus Akkumbens, in welchem Dopamin, also das Glückshormon, ausgeschüttet wird. Dieser reagiert in der Pubertät deutlich weniger auf Außenreize. Der Jugendliche will plötzlich nicht mehr mitkommen auf die schönen Sonntagsspaziergange, weil er effektiv keinen Spaß mehr daran findet. Allerdings, und das ist das Fiese daran, reagiert das Zentrum gut über Nikotin oder Drogen. Das ist einer der Gründe, weshalb gewisse Jugendliche in dieser Zeit mit Rauchen beginnen. Welche Motive dem menschlichen Verhalten zugrunde liegen, betrachten wir im nächsten Kapitel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017